Untertags ist ja sowieso meistens irgendwie dann mit meiner Geburt, aber es ist einfach gut. Da habe ich dann meine nette Übernachtung. Ich freue mich ja schon lange. Fabian, ich habe schon zu ihm gesagt, Fabian, du schläfst beim Tümmel, der Marek schläfst allein bei dir. Ich gehe auch mal hin. Weil der Marek ist auch wieder runter. Das ist auch nicht so gut. Hallo? Ich stehe. Nein, nein, ich stehe schon. Fabian, Fabian, Fabian. Der lässt keine, klar, keine. Deswegen, der trägt einzeln. Da habe ich zweimal was gebracht, dass ich bei Städten schon mal habe, wenn ich so gut bin. Der gab schon, die Kinder, weil sie meinen, die auch gerne mal länger. Aber ich glaube, das ist schon mal, der Marek ist schon mal, der Marek ist schon mal.